hallo hier ist der gusor wieder ja lichtler hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet der wollte ja mit mir streamen und dann ist das halt so dann kriege ich hier eben noch mal hoffentlich den ein oder anderen angriff rein ich habe über den tag echt gefällt also ich habe glaube ich zwei angriffe sogar komplett verkackt weil ich es halt wirklich beim tau nur als zehner probiert haben mit dem entfernung habe mich da echt ein bisschen glatt angestellt und dann fällt man natürlich wieder richtig weit runter ich hoffe natürlich dass ich weiterhin in der champ 2 liga bleibe also man zählt ja dann man fällt ja erst 100 drunter wieder komplett raus aus der liga dazu möchte ich es nicht kommen lassen ich habe jetzt noch meine base umgestellt habe ich heute gestern noch mal gemacht und dann war ich aber nicht mehr zufrieden und zwölf kappa ach so ja einer schrieb was heißt kappa und hat eben kappa sowie die sportfirma also die sportklamotten firma geschrieben kappa kappa also cuper also c u p und so weiter von pokale also der cup so ja auf jeden fall als ein zwölf ja man kann zwölf pokale bekommen bei diesem gegner so gucken wir mal wie gesagt es hat sich ja wirklich schon das eine oder andere wirklich im bereich queen walk bei mir echt verändert wenn ich sehe wie ich zuvor halt wirklich am anfang angegriffen habe und wie ich mittlerweile angreife das ist doch schon ganz schön anders also wirklich dass ich zuerst die queen stelle und dann halt wirklich gucke wo geht sie hin wo können wir da was clear und so weiter und so fort also das ist schon was ganz ganz anderes ihr seht auch hier gar nicht mehr so mega viel truppen die ich hier zum clear verwende und jetzt geht es mir halt wirklich nur darum jetzt halt klar rathaus down und halt noch die 50 prozent die hätte ich gerne noch wenn möglich eventuell sogar ohne den spell das wäre ziemlich geil und genau jetzt müsste so reingehen wieder ganz genau und dann die luftabwehr dann das rathaus oder eventuell ja genau sehr gut so soll es sein und hier zwei sachen locker gar kein thema passt und auch mit dem expo auch ein level 3 expo ist kein thema das ist alles in ordnung so jetzt gucken wir mal wo wir hier reingehen ich probiere weiterhin die mauerbrecher nicht zu verwenden und mit den magiern da gucke ich mal ich würde auch gerne meine mein gift behalten na nee es ist mir zu riskant ist mir ganz ehrlich zu riskant hätte sein können dass es klappt aber wirklich dann habe ich es öfter schon mal ausgereizt und dann sitzt man da scheiße mist kacke und man muss wieder ewigkeiten warten bis dann die queen wieder fertig ist darauf habe ich auch keinen bock warum lauft ihr dahin seid ihr denn doof ja genau ey und ich rede noch schön davon ich möchte meine mauerbrecher nicht irgendwie verballern und dann sowas ja gut so ist das leben aber jetzt kommen wir ja hier dann raus spätestens mal gucken wie sie das hier händelt ich denke mal der magiaturm muss auch noch dran glauben dass er sich dann erstmal nach drinnen bewegt und dann eventuell wieder nach draußen geht mal schauen wir werden es sehen gleich sind wir schlauer 35 prozent ist schon mal ganz nett so na wenn sie jetzt das weg macht dann würdest du nicht raus gehen doch jetzt killt sie das den xbow oder sie geht mal rein ja ich hätte es lieber gehabt hier das ist noch einfacher das ist noch schneller ein paar prozente gesnackt und fertig aber wenn sie sich dann erstmal drinnen mit irgendwelchen mauern aufhält ist natürlich dann nicht so schön guckt mal wie lange sie wirklich auf den xbow da rum hitten muss ich hoffe mal dass er sich nicht gleich wieder die clanburg schnappt da ist er ja mal die allerschnellste dabei so 45 prozent der minenwerfer war ganz easy ja wie gesagt loot ist ja hier nicht dolle zu holen aber immerhin wirklich die sechs pokale nee acht müssten es dann sein die ich kriegen müsste knappe kiste alter jetzt komm jetzt noch ganz ehrlich da muss ich jetzt ragen komm ja und wie gesagt scheiß auf den rage klar 30.000 oder 33.000 sogar glaube ich aber ganz ehrlich wenn ich dafür einfach mal vier pokale mehr bekomme ja dann mache ich das so gucken wir mal was wir hier haben wie gesagt so eine ganz ganz kostengünstige sache eigentlich wirklich die mauerbrecher kosten nicht so viel die heiler sind vollkommen okay wie gesagt die rage spells sind halt ein bisschen teurer aber man muss halt auch überlegen man kriegt halt auch echt alleine durch den liga bonus halt echt ordentlich was ich stand sonst mal da und dann reicht das reicht das und hier in dem bereich oben total super egal dann ich guck mal nicht dass ein anderer noch expliziten golem haben wollte das wäre dann echt schade aber auch mit dem spenden war es jetzt echt rückläufig das war nicht so toll und da ist der kalle auch gegangen und kann ich ihm auch absolut gar keinen vorwurf machen also ich habe dann selber mal gescreenshotet und habe gesehen in der anfrage von sieben stunden klar war über nacht auch aber sieben stunden ist echt ein bisschen sehr sehr hart so und dann gucken wir uns noch mal kurz einfach einen log an hier guckt mal verteidigungs log habe ich echt ordentlich in die fresse bekommen und da muss jetzt irgendwie sich mal was ändern klar ich bin weiter oben man kassiert halt immer wieder immer mehr aber das ist schon ganz schön fett und wie gesagt vielleicht ist es mit der base was besser hier aber hier minus 25 und dann hatte ich mich noch mal hier minus 27 und guck mal alleine das sind dann schon über 50 pokale die man dann einfach mal runterfällt und dann sitzt man halt da und hier wie gesagt so 8 pokale ist ja schon ganz nice jetzt gucken wir mal gerade was brauchen wir noch naja ich meine drei mauerbrecher ist echt ein bisschen mau und gucken wir mal wir haben aber noch mal zwei hier und wir haben auch noch die komplette cb mal schauen wie gesagt ich bin gespannt wie sich die base schlägt gucken wir mal ob wir hier noch was schönes haben ja das ist definitiv lack das ist definitiv lack dass man hier wirklich aber was hat er denn irgendwelche er hat irgendwelche drogen genommen oder sowas guckt euch das bitte mal an also das ist wirklich so wie es bei mir halt auch war wirklich wie ich angefangen habe level 68 townhall 9 und er macht ja jetzt nochmal setzt der sache ja nochmal ein oben drauf und sagt sie einfach mal hey guck mal ich bin doch schon maxed out 9 und er hat ja hier wirklich er hat nur townhall 8 er hat klar die x-bows und die queen logisch und dann hat er den zweiten feger aber ansonsten ist das doch alles rathaus 8 alter verwalter nicht mal den king auf 10 im rathaus 8 niveau sozusagen gemaxed das ist richtig 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 schlecht und ich meine dass man sich da dann natürlich eine komplette abfuhr holt ist ja wohl ganz klar das ist ja wohl ganz klar hier mit dem haste spell ja hier auch schön die die magier aber die sind eben noch am leben die können natürlich noch echt schaden machen jetzt sind sie dort und hier sehen wir jetzt auch wieder dieses problem wenn man sachen zu dicht ans rathausrand stellt guckt mal guckt es bitte jetzt mal an hier und rathaus down nahe ganz knapp ganz knapp jetzt jetzt ist es down so und das wäre in der ersten instanz nicht passiert wir haben es ja gesehen es ist ja effektiv ein three star geworden aber ihr wisst was ich meine wenn man halt jetzt die loons wären jetzt hier irgendwie kaputt gegangen und die zeit hätte nicht mehr ausgereicht und derjenige hätte seine rathaus behalten nur so eine sache richtig schön leer gemacht logischerweise ich meine guck mal nicht mal die helden verwendet klar dass du halt sagst gut okay oder kommen sie noch jetzt die cb noch leer gemacht logisch doch die helden hast du noch vorgesetzt aber den king raged du dann und dann ist der wieder da dann passt das alles weil man den dann halt einfach wirklich für die dev viel besser gebrauchen kann also ich habe das ja selber auch gesehen man muss das wirklich so sagen ich meine klar verliere ich jetzt weil da oben halt schon schwieriger ist besonders mit einer 109 base klar aber man muss halt wirklich auch sagen der king schläft halt instant und wenn ich halt da sitze und dann noch den queen hätte den 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 queen hätte den king hätte würde das natürlich eventuell in der ein oder anderen dev doch noch anders aussehen so jetzt gucken wir mal bester clan der welt so ja genau dann würde ich fast sagen sind wir clan mäßig auch schon soweit oder wir haben mittlerweile clan level 7 erreicht da muss ich jetzt gerade mal gucken 10 minuten ja okay das stimmt das habe ich aber auch schon echt gemerkt ja das ist wirklich schon nochmal ein ganz krasser unterschied auf jeden fall okay beute bonus noch nach oben äh spenden sehr geil aber eh war das erreichen da brauchen wir eine weile ganz klare nummer aber läuft auf jeden fall dass es da mittlerweile was höher geht das ist schön so können wir jetzt uns schon raus wagen ich glaube ja 5 ich guck mal mittlerweile ist ja echt geil man kann einfach mal schön durch oh sorry einfach mal durchskippen und gucken ob man was findet und wenn nicht hat man halt kein schild gewastet also wie gesagt ganz ehrlich vom schild klar mit den prozenten ist das miss dass man erst bei den 30 prozenter ein schild bekommt und so das ist vollkommen klar aber ansonsten ganz ehrlich dass ich halt mehrmals angreifen kann zu unterschiedlichen zeiten ohne dass mein schild weg ist gleich das finde ich schon echt geil besonders hier oben ist das schon echt eine coole nummer ich skipp euch mal wieder weg und dann sehen wir weiter und hier haben wir einen der immerhin wieder 10 pokale geben möchte außen rum laufen wäre ein bisschen doof wegen den luftabwärmen ich würde fast sagen ich greife hier über die rechte flanke an weil ich wenn ich hier von oben komme habe ich zwar erst mal keine luftabwehr aber wenn ich mich denn reinkämpfe habe ich von beiden seiten eine und die kriege ich eventuell mit der queen so schnell nicht weg ich gehe mal von hier von der seite hier so zack also für einen queenwalk macht es sich meiner meinung nach am rechner sogar noch besser aber wie gesagt mit anderen truppen halt ich sage jetzt mal go wipe oder sowas wo man halt ja doch noch anders oder mehr mehr truppen auf einmal setzen muss ist es dann halt wirklich dann doch besser dann eventuell dann mit elgardo anzugreifen und dafür ist er mittlerweile da ich habe mich schon mal beim beim nova bedankt habe ich heute ausprobiert klappt so 15er king gar kein thema bam ja ja er erreicht reicht 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 vollkommen in ordnung die queen wie gesagt da gucke ich dann gar nicht auf die queen rauf weil ich dann weiß okay 15er king gar kein ding hier magiaturm dann hier der altar dann fängt der xpo gleich an zu hitten ah ok sie geht aber ok selbst wenn sie jetzt außen rum geht wäre jetzt nicht so wild wäre zwar nicht schön aber wäre jetzt nicht so wild aber jetzt hier kommt da muss was passieren hier hau mal ne ist mir zu heikel so ah sehr geil ist sie wieder zurückgerannt die geile sau richtig gemacht junge hier ich hau hier nochmal ein paar mehr heiler rein aber wie gesagt nicht übertreiben weil es das effektiv dann am ende auch nicht bringt nicht dass die jetzt wieder raus rennt das wäre auch nicht so toll hier hau ich doch da hier hau ich echt mal meine cb raus ja genau dann rennt die nämlich raus so jetzt hoffen wir mal ja genau hier Luftabwehr schön killen na schnell ah wichtig richtig wichtig dass das hier alles rechtzeitig wegkommt so und jetzt gebt euch bitte Mühe so das 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 und dann bitte wieder zurück bitte bitte doch das müsste klappen hier die dunkle noch und dann müsste sie wieder zurückgehen weil der Bogieturm da ist ah schade ah die nimmt ja doch rennt doch wieder rein alter ist heute echt wieder so ein bisschen Berg und Tal fahrt hier alter mach luck alter und ihr seht es da bringen die Skletter halt echt wieder richtig was das sind nur kleine Skletter man denkt oh naja passiert ja nichts aber die reißen dann doch ganz schön was alter das sieht schlecht aus für mich die Queen geht wieder down und jetzt gerade mal gerade mal auf die 50% gerettet das ist eine richtig schlechte Vorstellung auf jeden Fall das ist hier nichts jetzt ist zumindest ein Bogieturm weg da seht ihr gleich wieder dass die Lebenseinstellung hoch geht aber das reicht nicht mehr die wird dann auf den Minenwerfer gehen und das war es dann das Town Hall fällt leider nicht mehr ja jetzt brauchst du auch nicht mehr aber ist egal ich meine ich habe immerhin da meine drei Pokis ich hätte gerne sechs gehabt aber so ist es halt wenigstens nicht ein kompletter Griff ins Klo gegangen gewesen so zack wieder einsammeln das soll es erstmal wieder gewesen sein ich würde euch ja jetzt hier auch nicht zu krass langweilen das war es und hier ich schaue mal ich habe das Base Layout jetzt mittlerweile so gewechselt ich hatte diese Base ja schon mal habe die Mauern jetzt hier noch ein bisschen weiter auseinander gemacht dass man sie schlechter überspringen oder eben mit dem Earthquake Spell kaputt machen kann und dann halt wirklich direkt im inneren Bereich halt nochmal wobei mir jetzt hier noch was auffällt das ist hier nicht so richtig und zwar möchte ich gerne die hierhin haben und dann nehme ich mir die beiden Mauern dorthin und dorthin und ich würde eigentlich hier gern auch noch aha ich muss mir noch irgendwo zwei Mauern klauen das mache ich aber das seht ihr im nächsten Video ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch was und ihr haut rein ciao ciao